Ich bin Reinhard Spiegel und bin Bildermacher. Wie der Begriff schon sagt, ich mache Bilder, und zwar zwei Sorten Bilder, grafische Bilder. Zum einen mache ich Radierungen und zum anderen mache ich, logischerweise dann, Heliogravuren. Es war die erste Möglichkeit, ein Foto zu drucken von einer Blechplatte. Ich muss die Kunst ins Blech bringen, das heißt, ich muss die Platten ätzen und sie anschließend drucken, wie bei der Radierung. Deshalb passen beide Techniken so wunderbar zusammen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017